Hallo, hallo, hallo? Ja. Ja, der, ähm, Fabian und ich machen uns gerade hier einen Aufnahmetest. Achso, machen wir schon. Ja, nur, nur kurz, um zu schauen, ob das von der Aufnahme her, von der Auflösung passt. Okay. Und von dem, von dem Sound her. Ja. Und, äh, das war schon der erste Part. Ich weiß, hat euch gehalten. Ja, vor allem die Monster waren spannend. Haha, der Mittelteil war so richtig, joo. Ja, aber am Schluss war es doch dann schon ein guter Abgang. Also grundsätzlich könnte man sagen, dass am Ende... Ja, also verallgemeinert würden wir dann schon sagen, dass... Von dem Standpunkt aus, dass wir eigentlich anfangs... Gut, aber wenn wir das mal so betrachten, dann haben wir doch... Grundsätzlich könnte man sagen, dass wenn man... Ah gut, zusammengefasst könnte man dann doch formulieren, dass... Also aus der anderen Perspektive betrachtet könnte ich, glaube ich, behaupten, dass... Ah gut, also wenn wir das mal so sehen, dann könnte man doch daraus schließen, dass... Rhabarberkuchen? Ja, so, ja. Ah. Also irgendwann gehen einem auch die Sprüche aus, ne? Ja. Da muss man immer Rhabarberkuchen sagen, wenn der eine nicht mehr weiter weiß. Ja. Okay, jetzt mal ohne Witz. Wir, wir spielen uns jetzt schon mal so ein bisschen ein, dann machen wir gleich bei heute noch den ersten Part. Ja, machen wir. Äh, ja, ich verkaufe meine Wii U heute. Achso, ja, ich auch. Gut. Und dann werden wir beim ersten Part mal eine ganze Geschichte erzählen von heute. Ja. Okay. Also ich verkaufe dir meine Wii U. Ja, lava nicht so viel. Du verkaufst mir deine Wii U. Ey, freut euch schon mal auf unsere Verplantheit wieder, ey. Ohne Scheiße. Nee, nur auf deine. Ey, ey, freut euch. Okay, okay, war absichtlich. Okay. Tschüss. Ciao. Bitches. Taken Sie,